So, jetzt aber. Jetzt wird richtig reingehauen. Einen im Keller hab ich. Ja, da oben hat er mich genossen. Der ist bei dir. Hab ihn. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, bei mir. Einer bei mir. Zwei bei mir. Zwei on me. Oh, vor mir ist einer. Hab einen. Hab ihn K.O. Hier ist... Mein K.O. Sorry, ich hab irgendwie einen Ohrwurm. Und damit herzlich willkommen hier bei den Teenagers from Mars. Ja, worum es in diesem Video geht. Ja, das fragt man sich immer, worum es in diesem Video geht. Scheiße. Ich habe am 1. April Rebirth gespielt und die Entwickler haben sich gedacht, zum Tag des Scherzes ändern wir mal die Regeln von Rebirth. Und zwar haben die am Anfang sofort Loadout rausgehauen. Man hatte am Anfang Spezialistenbonus. Und man ist bis zum Ende wiedergekommen, wenn der Partner überlebt hat. Und ich muss sagen, das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Des Weiteren seht ihr in diesem Video, warum ich denke, dass ich langsam zum Who-Girl werde. Außerdem seht ihr den vielleicht besten Anfang meiner COD-Karriere. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ein kleines Dankeschön an den Ader. Denn der Philipp, der war diesmal nicht dabei. Der war schön auf dem Schiff. Viel Spaß mit dem Video. Ab geht's. Achso. Abo nicht vergessen. Und Like für das Video. Ab geht's. Uh, diesmal hab ich's geschafft. Ein, der ziel. Ja, ich bin gleich und war tot. Immer noch abgesprungen. Er war traurig. Ja, ich hab ein K.O. Hey, da sind zwei K.O. auf dem Tower. Äh, vorne auf der Straße. Hat Shield Break. Okay. Ist K.O. Er liegt hier. Nice. Gondel Play. Richtig smooth und dann schön reinballern. Ja. Machen wir uns alle fertig. Entweder gehen alle auf uns. Oh, hier ist, hier ist noch einer. Ja, ja, ich sehe es. Was? Da sind welche. Auf der rechten Seite. Einer kommt schon links rum. Ah. Na, Mann. Ich hab mich aus Versehen angelehnt. Oh, hab ein K.O. Wuh. Jo, hab's so. Oh, no way. Ich guck mal hinten, hinten die Treppe. Nicht, dass noch einer hochkommt. Oh, hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ja. Ihr leckt mich am... Über uns. Ah, Mann. Unter mir einer. Hier. Ja, da. Na, das war der letzte Dipp. Jo. Nein. Der sitzt in der Zone. Äh, sollen wir mal Control Center? Versuch mal klug. Oh mein Gott. Ey, das kann nicht sein. 1, 2, 1, hinter dir. Ah, hier ist noch einer. Uh. Ja. Und noch welche. Ah, da kommen noch welche rein. Alter. Oh, du dreckiger Hurensohn. Ui. Ah, hier ist noch einer drin. Komm. Wuh. Schade. Da ist einer. Hier ist noch einer. Oh, hinter mir. Hier. Hier. Bei uns. Bei uns auf dem Dach. Bei uns auf dem Dach. Bei uns auf dem Dach. Bei dir. Perfekt. Ich glaube. Habe ihn K.O. Der ist down. Ja, pass auf. Uh. Du musst Platten nachlegen. Finger. Ah, no. Uh. Oh. Ist wieder einer gelandet. Sein Freund ist gelandet. Ja. Dann komm jetzt. Nein. Boah. Leider kann von der Seite. Von der Seite jetzt. Nein. Ah, fuck you, Alter. Ja, keine Chance. Oben Chemicals sind welche drauf. Ey, nein. Er hat nicht gefinisht. Nicht mehr. Ja, ich hätte ihn so holen können. Noch ein letzter. Ein letzter. Ein letzter. Wo ist der? Wo ist der? Der ist bestimmt hier drin. Da ist er. Das ist auch der zweite. Sein Freund, sein Freund. Okay, die sind da unten. Der andere ist da auch. Der ist geblendet. Nein. Oh, jawohl. Auf ihn. Wuh. Ich will. Oh, ich will. Doch. … Diecimento.